hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin auf die hat nach dem ticket und heute habe ich das spiel iron heroes ich werde es mal starten und voll betreiben und warten wir let's go ok wir fangen erstmal mit den ganzen roten punkten da ist einer die verschwinden das heißt ich muss Nächste. 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 Okay. Und hier. Alles abholen. Und hier. Alles abholen. Und hier. Alles abholen. Der Rückpunkt ist eng. Alles fertig. Weiter zum Nächsten. Abholen. Alles fertig. Gehen wir hier rein. Oh. Beschwören wir einen Held. Beschwören wir noch einen Held. Und beschwören wir noch einen Held. Was? Oh, da fehlen noch 10 Punkte. Erfolgen. Abholen. Ja, mein Name ist noch. Ein roter Punkt. Und. Gut. Beschwörungskreis. 10 Mal. Kann ich beschwören. Okay. Und hier auch 10 Mal. Schön. Die einzelne brauche ich nicht beschwören. Müssen wir aufhören. Müssen wir aufhüpfen fürs nächste Mal. Hm, da nichts. Okay. Okay. Das wird ein Beschwörungskreis. Das sind hier noch welche. Mit den Punkte. Die Band halt ich abgeholt. Ähm. Beschwörungskreis lassen wir jetzt. Ich hab genug. Monster. Oder Helden. Helden sind das noch. Abgeholt. Jo. Cool. Ich hab 90. Ich darf noch 10 Helden haben. Dann bin ich voll. Gut, 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 gut. Dann wird es jetzt losgehen mit den Missionen. Tägliche Missionen. Tägliche Mission. 5 Herzen verschenken. Das ist ja easy. Das ist einmal hier. Da hab ich ein Herz bekommen. Ja. Ich werde auch hier drauf drücken können. Naja. Und dann. Zweimal ein Wunsch. Einmal. Danach hab ich nochmal ein. Das ist schön. Okay. Abhole. Ein billiger Gegenstand im Markt kaufen. Ich nehm über den hier mit Geld. Ich hab 13 Melonen. 13 Millionen. Dann nehmen wir doch den hier. Abholen. Ich hab holen. 3 Mal. Kämpfe in Kristall-Clone-Liga. Abschließen. Also hier in der Liga kämpfen. Ich hab ne Stärke von 3124. Ich hab ne Stärke von 3124. Verteidigung. Hm. Kämpfen. Ah ok. 24. 24.000. Äh. 24.000. Äh. Vorderung. Da muss vorne sein. Und. Was. Das. Klickte aber was. mein wasser, es wird spannend gut, bestätigen, nächster Kampf um viel zu ausdauern, na warte ah, der falsche ist vorne ich muss den mit dem Kreuz und dem Skelett tauschen sag ich gerade immer die Mütte nehmen äh, nächster Kampf die waren trauschend ich hoffe das war nicht wahr ja, genau oh, okay es ist da oben bei mir äh 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 ä 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 Wir ziehen alle Kämpfe durch. Guck mal, der ist eigentlich genauso stark wie ich, der hat sogar einen Hunderter. Warum hat er keine Chance? Hm, keine Ahnung. Gut, dass er so schnell wie geht. Nach elf Kämpfe. Gut, dass er so schnell wie geht. Gut, dass er so schnell wie geht. Noch acht Kämpfe. Gut, dass er so schnell wie geht. 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 Gut, begin. Noch 4 Kämpfe. Fern? Hat eine Idee? Ich weiß es nicht. Auf der Fall habe ich schon gegen ein paar hier gerade gekämpft. Ja. Keine Ahnung warum ich da noch mal gegen die kämpfe. Solange ich gegen die gewinne ist alles ok. Gegen den habe ich auch schon gekämpft. Denke ich nicht. Hier gegen den habe ich gewonnen. Das weiß ich genau. Schon das 3. Mal. Ich habe 1229 Punkte. Meine Stärke 31.000. Ja. Schon wieder mit den 2 Leuten. Aber die gleichen Gegner. Ja. Soll ich die Punkte kriege. Ist ja alles gut. So. Und der nächste. Ich habe noch 2 Quests. Zwei mal auf. Heute. Einmal. Und dann gleich noch drauf. Und dann gleich noch drauf. Ach ne nicht. Und dann gleich noch drauf. Wie weit sind das. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Nächster Kaffee, da krieg ich, und da muss er hin? Krieg ich eigentlich die Stadt? Ja. Oh hier, hier oben. Bis zum Ende da krieg ich einen Zappel. Unser Ziel ist das Zeppelin. Ich glaub die vorne muss ich hier einmal weg sehen. Damit die beim Feuer Dinger nicht nebeneinander stehen. Oder ist das besser, wenn die nebeneinander stehen? Wenn alles zusammen steht. Mal gucken, vielleicht sind wir ja noch stärker. Ich glaube nicht. Ich glaub das hat nichts zu bedeuten. Ich glaube nicht, ich hoffe, dass das nicht in Hilfe kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Ich suche da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das sind die einzigen Beine die ich nicht habe, heute und wieder. Also meine Sammlung jetzt. Grün, ich komme für den Grün. Rot ist stark gegen Grün. Oh, Grün ist stark gegen Totenkopf. Hippie! Ja, da ist ein Daseppelin. Daseppelin, 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 ich werde sagen Daseppelin. Hier ist die Daseppelin. Der Zeppelin hat sich besser. Ja. Wie viele Runden sind sie noch? Zweite Boss. Und Taur und Daman. Scherpelin, wo bist du? Was kam mit einem Schuss alle Daumen? Es ging so schnell, es hat keine Mittelpunkt. Da ist alles. Da ist die letzte Runde. Oh mein Gott. Gleich bin ich da. Dann habe ich das nächste frei gespielt. Ich bin ein paar Masken. Und ich habe nichts mit dir gemacht. Ich habe es in Ruhe zu, Menschen, die mit Basis verletzen. Ich habe das Erdbeeren. Ich habe diese Vorfahren. Ich habe es in Ruhe zu. Ich habe es. Ich habe, wie es in Ruhe zu machen. Das ist klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh oh, die sind durch Nein Ich habe es nicht geschafft Abholen Zweimal Kämpfe im Verlies gewinnen Verlies? Ich bin zweimal verloren heute Weiter Oh, die sind durch Oh, die sind durch Helden Und weiter Bestätigen Level 50 Abholen Abholen Das waren alle meine Technische Missionen Yippie, ich habe es geschafft Ich habe nochmal zwei Erfolge gekriegt Und Empfänger drin Oh, schön Auch nochmal was gekriegt Hier kriegt man aber viel Gut Das war ja jetzt eigentlich alles Wann beschwören, das lassen wir her? Jetzt würde ich nochmal bei Helden schauen Jetzt würde ich nochmal bei Helden schauen Zum Beispiel der hier Den wollte ich aufleveln bis auf 18 Ach, joh Geht Echt 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 und ach so sch... ok und dann habe ich jetzt den nächsten den habe ich schon den ja ach wie auch schon die hier die kann ich auch noch auf 80 machen die 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 gleich die 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 aber den jetzt so hier noch den Frosch oder was auch immer das ist aber auf 30 und die machen wir auf 30 bei den Elfen weiß man die so genau ach ne guck ich mach das nicht ich möchte nicht meinen ganzen Dingens da verplempern aber ich schau mir jetzt mal kurz an wegen meiner Helmwein sie ist eine Priesterin Priesterin die brauche ich auf jeden Fall ja gut geht schon sie ist auch Priesterin Magier Attentäter Krieger Krieger muss vorne stehen also der Ranger Attentäter Priester Attentäter und Attentäter ich hab nur einen Krieger das ist der hier naja ich möchte mal hier kurz Automatik ausrüsten ich möchte mal den ganzen Level 80er neu ausrüsten das sind die letzte 80er das ist Level 1 genau jetzt muss ich auf hier ein paar Leute loswerden wo wird man die los hier nicht ah warte mal Fusionskreis war das für mich und das kann ich nicht mehr ok ich sag diese Teile beschwören beschwören und beschwören beschwören Guck mal, jetzt habe ich sogar noch einen Helden mehr. Oh nein! Das ist doch sowas von unfair. Ein Hasenkostüm. Gut, 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 gut. Okay, im Fusionskreis kann ich leider nichts damit anfangen, mit meinen zu vielen Helden. Im Beschwunskreis, 10, 5, 1, nee, freue ich nicht. Im Wunschbrunnen, einfach. Da kann ich auch nichts mit anfangen. Wo war denn das sonst? In der Taverne vielleicht? Nein. Entladen? Nein. Da darf ich noch gar nicht hin. Doch, geht. Kann ich nichts machen? Nein. Beim Altar. Ja, genau. Hier sind wir richtig. Das sind die 68er, die 30er, den haben wir, den haben wir. in der Zeit Smith, noch mal. goes dazu auf. Martin, das ist ein paar Kinder und die 30erolisSE-Protzver efforts. Es gibt 4 Sterne Hilden, oder besser, ja die beiden habe ich ja schon, und die habe ich auch, ja, Salaam. Wow, dann schauen wir nochmal von neu an. 5 Sterne Hilden sind die hier, die haben wir ja jetzt schon alle, bei 4 Sterne Hilden. Ok, 3 Sterne Hilden, das ist aber der auf jeden Fall, der, die beiden. Ok, 4 Sterne Hilden. Ok, ja... Ah, wenn wir nur die, die auch defekt verbunden sind. Ah, hier haben wir auch. Warum ist das manchmal so durcheinander? Hm, ich weiß es nicht. Da haben wir den, den, den. Hier auch wieder die beiden. Da haben wir den. Und das sieht aus, als ob es das wärs. Gut. Das war's. Aber ich glaube, ich kann jetzt wieder meine Priesterin weiter leveln. Schade. Das war eine schlechte Idee, dass ich alle auf Level 30 gemacht habe. Kann man die nicht wieder zurückleveln auf 1 oder so? Altar. Nein, das ist komplettes Erlegen. Also wenn ich die doppelt habe, könnte ich die jetzt erlegen. Das hier gibt es noch sehr viel, was ich noch gar nicht kenne. Eine Raid. Also vorne. Der ist auf jeden Fall einer und die anderen sind alle kein Krieger. Krieger. Nehmen wir den. Dann werden wir den. Einmal. Okay, die ist noch nicht fertig. Sie war eine Heilerin. Und sie war eine Heilerin. Dann haben wir noch zwei Totenköpfe. Dann haben wir noch zwei Totenköpfe. Dann drehen wir die voneinander, die beiden Heiler. Nicht, dass die sich noch streiten. Dann haben wir es so. Rou ile. Haupt�mesee. Hapentine. Expedition. Raid. Einmal ein. Unmal. Unmal. Oh, ich hätte die mal noch vornereinggesetzt. Und jetzt... ...den wir dort unterfordern. Die Leidsheilheit. Verloren. Unterschließen. Wie sieht die andere aus? Bis zum nächsten Mal. Wann ich das? Wann ich das? Was ist das hier? Wann ich das? Das war die Schleunigung. Kampagne? Ja ok, da hänge ich ja ein bisschen. Obwohl ich hab meine neu ausgerüstet. Vielleicht schaffe ich das ja jetzt. Ach und ich hätte auch meine neue Ausstellung machen. Also, schaffe ich das noch? Zum nächsten Zeppelin? Jawohl. Schwierter Kampf, aber es wird geschafft. Es wurde geschafft. Jetzt lassen wir den mal kurz hier wegrollen und sagen, jeder ist dabei und du bist dabei. Dann bist du dabei als Heilerin und dabei auch du als Heilerin. Und wieder ein Boss. Ein kleiner Boss. Oh, sieht Licht aber ein bisschen fügig aus. Ah ne doch, das schaffe ich. Karte. Bestätigen. Beute. Weitere. Schöp. Bistere. Arena habe ich vorhin schon gespielt. Endet. 6 auf 20. So weit bin ich noch nicht. Das haben wir schon gemacht. Ich habe schon wieder zwei Kämpfe frei. Ich muss mal meine neue Truppe ausprobieren. Ach so warte mal. Die sich im PvP schlägt. Ja, haben wir den schon mal gehabt. Ist das nicht hin? Ich muss noch ein bisschen nerven. Wir haben nur EIN TENKL. Aber es läuft schon. Verteiligung gemacht. Neu einstellen. Da haben wir den. Heiler. Andere Heiler. Ja. Da ist auch noch. Hier ist nur gut eins. Nur gut eins. Hier ist Ferk 45, Ferk 45. Ja. Immer gegen die gleiche gekämpft. Egal. Hauptsache auch gewonnen. Jetzt. Abrollen, abrollen. Löschen, löschen, löschen. Hier habe ich wieder was neues gekriegt. Haben wir jetzt den. Chat brauchen wir nicht kontrollieren. Das haben wir jetzt freigeschaltet. Start in 17 Stunden. Na gut. Abrollen. Abrollen. Ein Turm. Bekämpfen. Na, das ist doch wohl nichts. Weiter. Level 21. Weiter. Level 21. Weiter. Level 21. Na ja. Und weiter. Weiter. Kann man das nicht überspringen. Bis es schwerer wird. Bis es schwerer wird. Ich möchte ja nicht hier jetzt eine Stunde immer. Weiter drücken. Naja. Okay. Es geht ja schnell. Oh. Zwei verschiedene Helden. Drei verschiedene Helden. Zwei verschiedene Helden. Drei verschiedene Helden. Zwei verschiedene Helden. Ich bin gleich bei Level 40. Die Hälfte habe ich dann schon. Hurra. Drei verschiedene Helden. Die Hälfte. Ach ne noch nicht. Die Hälfte. Die lockerten zwei. Level schritte weiter. Ich bin eigentlich. Da ist sie. Also jetzt noch. noch 40 Kämpfe 1 Mensch, das wird ja immer spannender hier, der Kampf. Guck mal, die überlegen schon länger. Erste Runde. Zweite Runde. In der zweiten Runde sind wir jetzt erst down. Nicht meiner ersten. Erste Runde. Zweite Runde. Und down. Erste Runde. Und zweite Runde down. Erste Runde. Jetzt überlegen sie auch drei Runde. Pass auf. Erste Runde. Zweite Runde. Oh. Bestimmt auch level 50 übernehmen zu treiben. Ach, wie zu schön. Erste Runde. weil nur eine der gerade 3 Hunde überlebt hat 1. Runde, 2. Runde, auch in 2. Runde 1. Runde, vielleicht bin ich schon mal 50 an In der 2. Runde waren sie dauernd 1. Runde Hey, die habe ich auch Die waren auch in der 2. Runde dauernd Die heiligen Krieger Waren nur 2 Runde lang heilig Auch 2 Runde 3 Runde Oh, geht es in 3-Räume? Hm, 3-Räume. Level 60 Hm, die werden auch nur 2-Räume anlegen. Ich glaube die werden 3-Räume überlegen. Die bestimmt auch. Jetzt sind 3-Räume auf jeden Fall immer. Oh, jetzt bleiben sie mal 3-Räume. 3-Räume. 65 Spiele gerade mit liebe Freunde. Hab es aber überlebt. Na komm schon. Ah, ja. Ein bisschen uninteressant. Aber vielleicht gewinnt. Gleich sind wir bei 70. Dann nur noch 10 Kämpfe. Oder 11. Ich weiß nicht, dass wir jetzt 2-Räume belegen. 4. Runde. Oh, nice. Und da ist die 70. Und jetzt werden sie 4-Runde überleben. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nur 3-Runde. 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 Das war nur weil der eine... 2 Leute von mir getäubt hat. Das war das. Das war genau so. Super. Und dann schauen wir auch gleich nochmal was noch da war außer dem Turm. Ich glaube eine Sache war noch da gewesen. 75. 75. Ich habe solche neue Charakter bekommen. Naja was heißt bekommen? Puzzleteile bekommen. Ich muss glaube ich nur die Puzzleteile einlösen gegen den Charakter. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 4. Nice. Da sind die dann schon 4 Runden überlegt. Nicht alle. Hm. Gut. 5is wird. Wunder 4. Runde 4. Leute, wir haben gleich die 80 erreicht. Endlich, eine Stunde später. Komm, 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 komm. Ich möchte nur bis 80 kommen. Ich möchte schauen, wie stark meine 80er gegen die 80er sind. Ich glaube, der danach ist auch noch mal 80, deswegen kämpfe ich den danach auch noch mal. Aber es sieht doch gut aus. Wie weit geht das eigentlich? Müsste ich jetzt nicht in Etage 60 sein? Habe ich 60 Kämpfe ungefähr hinter mir? Na, 81. Wie weit geht das denn? Bestätigen. Hm. 61 habe ich gekämpft. Ich meinte ja 60 wären das gewesen. So weit runter scrollen kann ich nicht. Schön. Und hoch scrollen. Wie weit geht das denn? Oh. Oh. Oh, aufgabe war jetzt 70. Ebene 650. Oh. Mal überverweilter. Oh. Oh. Ähm. Der Turm. Die Schmiede. Daher wäre noch zwei. Ja. Nehmen wir mal den. Schmiede. Den. Schmiede. Den. Schmiede. Den. Schmiede. Den. Schmiede. Den. Schmiede. Schön. Schwiegen... Das war hier auch alles... Macht Spaß... Sechsmal... Zweimal... Einmal... Und jetzt muss ich meine Leute wahrscheinlich neu ausrüsten, weil ich alles kaputt geschwiegelt habe. Dann schauen wir mal bei Helden... Und... Ah, warte mal, erst noch mal die neuen Charaktere anschauen... Rucksack... Puzzleteile... Der ist neu... Beschwerden... Hm, nur 4 Sterne... 4 Sterne... Auch mal 4 Sterne... Hm, wie langweilig... Gut, dann zeige ich hier... Die braucht auch noch mal ein paar Level... Perfekt... Hat gereicht... Ja... Das sind... Danach noch... Nur... 4 Sterne... Leute... Die sind... Nicht so richtig für mich... Aber... Da... Ich hab alle kaputt gelabelt... Äh... Kaputt gelabelt... Kaputt gemacht... Die Rüstung von den Leuten... Schweinerei... 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 Warum hab ich das gemacht... Ich hab auch... Der letzte... Jupp... Dunkler Phenomen... Ich hab jetzt doch... Irgendwelche Leute doppelt... So... Auf den ersten Blick... Sieht es nicht dann aus... Da sind immer so Leute... Die sind sich ein bisschen ähnlich... Aber... Ne... Auf den ersten Blick... Ich hab mich alle doppelten entsorgt... Das... Hört sich aber auch gut an... Jetzt... So... Gut... Ja... Gut... 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 Dann war es das für heute... Dann war es das für heute... Dann war es auch mal für das Neues... Ich... Rechne mal jetzt von den dreien... Ich... Möchte so nicht raus... So... Möchte so nicht raus... Und das geht... Ja... Nur den... Erfolge... Ach... Das sind ja schon viele Diamanten... 3000... 3000 Diamanten... Ah... Hier kann man kaufen... Richtig... Gut... 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 Dann war es das für heute... Dann sag ich mal... Dankeschön fürs Zuschauen... Ich... Würde mich freuen... Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid... Bis dann mit euch... Viel Spaß... Und... Auf Wiedersehen... Der Weihnachtsmann... Egal... Ciao... Ciao...